Wir alle lieben eine gute Massage nach einem harten Arbeitstag, nicht wahr? Max Vitalis ist hier, um sicherzustellen, dass du deine wohlverdiente Massage am Ende des Tages bekommst. Max Vitalis hat die Messlatte für Massagesessel höher gelegt. Ihre breite Palette an unglaublichen Massagesesseln hat den Kunden verschiedene Optionen zur Auswahl gegeben. Diese Massagesessel definieren Komfort, Qualität und Bequemlichkeit. Auch wenn einige dieser Sessel vielleicht ein bisschen teuer sind, sind sie ihr Geld auf jeden Fall wert. Heute werden wir drei der besten Massagesessel von Max Vitalis vergleichen. Wenn ihr das Produkt kaufen und ausprobieren wollt, dann könnt ihr es über den Link in der Beschreibung unten beziehen. Wir haben ein wenig recherchiert und das Produkt mit den besten Preisen nur für dich gefunden. Du kannst auch zusätzliche Informationen in diesem Link finden. Fangen wir also ohne weitere Umschweife an. Max Vitalis Massagesessel, Shiatsu Massagesessel Den Anfang macht der Max Vitalis Massagesessel Shiatsu Massagesessel, der mit seiner bequemen Polsterung und seinem hohen Komfort in fünf verschiedene Massagezonen eingeteilt ist und somit ideal für deine Entspannung ist. Die Massagerollen in der Rückenlehne massieren dich vom Nacken bis hinunter in den Lendenbereich. Drei Vibrationsmotoren sorgen für eine sanfte Oberschenkel- und Beinmassage mit Rollknetklopf- und kombinierten Klopfmassagen sowie einer Shiatsu Massage. Dein Rücken, Nacken und deine Schultern haben wahrscheinlich noch nie so einen Komfort erlebt. Auch die wohltuenden Beinmassagen lassen dich in die Welt des Komforts eintauchen, denn mit diesem Massagesessel kannst du nichts falsch machen. Mit einer sehr reaktionsschnellen Fernbedienung und einer schnellen Funktionalität haben viele Kunden die Stützfunktion, das Preis-Leistungs-Verhältnis und vor allem den Komfort dieses Sessels gelobt. Mit einem Preis von 999 Euro ist dieser Massagesessel sicherlich ein Schnäppchen, da er einen runden Preis hat und direkt zu deinem gesunden Wohlbefinden beiträgt. Max Vitalis Massagesessel mit Heizfunktion Der zweite Massagesessel, der dir zur Verfügung steht, ist der Max Vitalis Massagesessel mit Heizfunktion, Shiatsu-Massage und Bodyscan. Um gleich zu den Funktionen zu kommen, scannt dieser Sessel deinen Körper und passt die Massagen individuell an deine Größe und Statur an. Du kommst in den Genuss einer Ganzkörpermassage von Kopf bis Fuß, einschließlich Nacken, Schultern, Rücken, Gesäß, Oberschenkel, Waden und Füße. Es gibt sechs Massagearten und voreingestellte Massageprogramme für ultimative Entspannung. Du hast eine einfach zu bedienende Fernbedienung, die die Massage steuert und die Wärmefunktion kann entsprechend eingestellt werden. Dieser Sessel passt perfekt in jede Umgebung, da du in eine sitzende oder liegende Position wechseln kannst, während sich die wohltuende Wärmefunktion über deinen gesamten Körper verteilt. Der Preis dieses Sessels liegt bei 1300 Euro. Er ist teurer als der Shiatsu-Massagesessel, aber mit gutem Grund, da er dir zusätzlichen Komfort bietet. Max Vitalis Liegesessel mit Hocker Schließlich haben wir noch den Max Vitalis Recliner, einen Fernsehsessel mit Hocker und Massagefunktion. Diese Sessel plus Hockerkombination ist ein sanftes Massagegerät mit Vibration im Sessel und der Hocker mit einer verstellbaren Rückenlehne, die du nach deinen Wünschen einstellen kannst. Dieser Sessel schafft es auch, sich um 360 Grad zu drehen, ohne aus dem Gleichgewicht zu geraten, um das Risiko einer Verstauchung zu verringern, die sich in deinem Rücken oder verwandten Körperteilen zeigen könnte. Dieser Sessel passt perfekt in jeden Bereich des Hauses und lindert Verspannungen in allen Bereichen deines Körpers. Selbst wenn du während der Massage einschliefst, musst du dir keine Sorgen machen, denn der Timer des Stuhls weckt dich nach einer bestimmten Zeit, in der du dich entspannen konntest, wieder auf. Wie die beiden anderen Massagesessel wird auch dieser Sessel mit einer Fernbedienung geliefert, die in einer Tasche in der Seitenlehne verstaut werden kann. Mit einem Preis von nur 279 Euro ist diese Kombination aus Massagesessel und Hocker ein echtes Schnäppchen. Das ist alles, was ich heute für euch habe. Vielen Dank, dass ihr mir in diesem Video gefolgt seid und ich hoffe, dass ihr diesen Beitrag hilfreich fandet. Wenn ihr Fragen habt, dann hinterlasst sie unten in den Kommentaren. Ich liebe es, von euch zu hören. Wenn dir meine Inhalte gefallen, vergiss nicht, den Like-Button zu drücken, um deine Unterstützung zu zeigen und mich zu abonnieren, um mehr informative Reviews zu sehen. Bis zum nächsten Mal, wir sehen uns später. Cheers!